Servus Freunde, das ist Livestream, es ist mal wieder soweit, es kommt das nächste Carback, darum sitzen wir hier auch in der neuen NSX drin und zwar erscheint am Dienstag, sprich heute, wenn ihr das Video seht, erscheint ein neues Carback am Abend und ja, ich und ein paar Kollegen von mir haben uns dazu entschieden, wir machen wieder einen Stream dieses Mal werde ich unterstützt, mache ich das nicht mehr ganz alleine einerseits und Chat-Sachen, die sind aber auch alle mit dabei, die fahren alle mit und ja, da ist heute wieder ein Livestream angepeilt, ist das Ganze mal auf 19.30 Uhr ihr seht das Ganze auch auf meiner Kanalstartseite, da ist es unten verlinkt, das Ganze aber ja genau, da könnt ihr euch das Ganze wunderschön ansehen ihr könnt auch eine Erinnerung einladen unten, da gibt es so ein Häkchen Erinnerung dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn der Stream anfängt, einfach eine Erinnerung ey, guck ihr streamt, schau rein, wenn du Bock hast und ja, ich würde mich freuen, wenn viele dabei sind ähm, es wird so ein bisschen eine Formatsänderung geben, mal schauen, ob ich das Ganze anspricht wenn nicht, macht man das Ganze wieder ganz standard wie vorher, ähm, ja, mit mir alleine aber ja, nicht vergessen, 19.30 Uhr, heute Livestream hier auf dem Kanal es kann sein, dass es ein paar Minuten Verspätung gibt, weil ich vorher noch das Bett aufbaue ähm, weil ich habe mir ein neues Bett bestellt, das bekommt, das kommt ja äh, wenn ihr das Video seht heute bei mir morgen, weil ich bin gerade in der Aufnahmesession aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns später, ciao Leute Willkommen Willkommen Wie